Sash Können auf jeden Fall mal beim Demo vorbeischauen, wie immer beim Gameplay als Spieler, lasst ihn ein Like für das krasse Gameplay da Und heute als Thema habe ich eigentlich noch ein bisschen was kleines Organisatorisches Und zwar wollte ich einfach mal ansprechen, ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir den letzten Tag einfach mal ein bisschen die Eier auf den Tisch gehauen haben Und sie bauen lassen haben Und das lag einfach daran, dass wir jetzt festgelegt haben, dass wir jetzt jeden zweiten Tag was uploaden Also nicht mehr jeden Tag, wie wir es eigentlich vorher hatten Hätten wir eigentlich auch weitermachen können, aber irgendwie dachten wir so, okay, auf unserer Größe bringt das noch nicht so viel Jeden Tag wirklich was abzuloten, deswegen machen wir einfach jeden zweiten Tag Außerdem haben wir auch gerade ein bisschen Probleme mit Kommentatoren, wir haben relativ wenige Aber ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ein paar neue dazu bekommen Ihr wisst ja, ich bin Kommentatoren-Lieder Und ja, das war es eigentlich auch mit meinem kleinen Thema Und ich hoffe, euch hat das ganze Commentary natürlich mir wieder gefallen Genießt noch ein bisschen das Gameplay und haut da rein Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao Bis zum nächsten Mal, Leute, 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 bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Vielen Dank.